Hallo? Hallo? Ich bin da eben... Hey! Ihr hättet einen Wagen sofort! Ich hab die gesuchte Person gefunden. Täterbeschreibung passt genau. Ich schreibe das hier alles für den Fall, dass ich mich so wie die anderen irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dann hoffe ich, dass du jetzt der Richtige bist, der das liest. Hier bei uns sind sie keine Straftäter. Hier sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Hi, ich bin Sam. Wollen wir jetzt Freunde sein? Verpiss dich jetzt. Wir halten so eine Macht in den Händen. Ist krank. Die haben ihn betäubt. Dann findest du das normal? Ja! Die Sorgen dafür, dass man irgendwelche Dinge vergisst. Kennst du mich noch? Soll ich die Fresse haben oder was? Ich will nicht so werden wie die anderen. Du glaubst, man kann Erinnerungen einfach so wieder zurückholen. Ich steh mich da. 74 75 Give me more 74 74 He! Ich hole dir hier raus. Ich hole euch hier raus. Ich verspeich's dir. Ist es mit der wär's das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017